Wir sind wieder zurück bei Weird Park, Schräge Töne, dem besten Wimblewildspiel auf dem Markt. Auf jeden Fall. Mir muss jetzt so sein, den Affen zu drücken, weil wir so gut sind. Und du musst den Affen drücken. Ich muss den Affen drücken. Ganz, ganz fest. Ich bin der Loser. Kleiner Affe. So, und jetzt? Drück ihn nochmal. Ah, da, 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 da. Ah, warte mal, was haben wir denn da oben? Ich möchte den Luftschutzschutz... Leiter. Natürlich. Okay, was haben wir denn da? Vielleicht mit dem Bolzenschneider hier aufmachen. In dem Luftschutz ist etwas versteckt. Ich muss die Abdeckung entfernen, um zu sehen, was es ist. Ja, hat geglänzt. Ich brauche ein Werkzeug, um das Ventil zu entfernen. Haben wir doch, oder nicht? Haben wir das Ding hier, ne? Und jetzt? Jetzt kannst du vielleicht entfernen. Jetzt haben wir ein Ventilrad, vielleicht für den Helium-Dingensbruch. Kannst du nicht eigentlich auch mit dem Schraubenschlüssel da die anderen Schrauben entfernen? Diese hier? Nee. Nee, nee, nee. Da gibt es keinen Sinn. Geht auch nicht mit dem Bolzenschneider? Nö. Geht nicht. Nein. Gut, okay, dann gehen wir nochmal zurück zu dem Helium-Ding. Ja. Helium. Helium. Das kriegen wir auch anders hin. Ich mach dich ja eh fertig. Stimmt. So. Der Luftballon ist zwar schon... Was? Ich sollte das Helium nicht vergeuden, ich könnte es später noch gebrauchen. Ja, Junge, du hast einen Luftballon dabei, was willst du denn sonst noch machen? Der ist schon aufgeblasen, wahrscheinlich musst du denn erst mit dem Messer... Nee, dann geht das ja auch nicht. Da macht es ja keinen Sinn mehr, ne? Mhm. Hä? Hä? Okay, dann lassen wir das Helium mal Helium sein. Hier versteckt sich doch bestimmt wieder irgendwo so ein grandioses Wimmelbild. Mhm. Geld haben wir mittlerweile auch nicht, nein. Was haben wir hier? Kein Geld. Keine Platte. Ich schau hier grad nochmal. Es ist ja irgendeine Möglichkeit geben, das Ding hier aufzukriegen. Messer. Messer? Nee. Ich muss die Abdeckung entfernen, um zu wissen, was es ist. Na, da ist Sprengstoff, ne? Natürlich. Klar. Und hier war auch nichts mehr? Da fehlt ein Buch. Haben wir vielleicht was? Nee, haben wir nicht. Warum Mais? Warum? Ich weiß es nicht. Hab bestimmt noch was mit Vögeln zu tun. Vögeln, ja dann. Ähm. Da kommen wir auch nicht lang. Macht auch keinen Sinn, da hochzugehen irgendwie. Was war da? Ach, da war doch noch irgendwas. Können wir da irgendwie... Mit der Angel vielleicht? Mit der Angel? Komm, mit der Angel. Das muss doch funktionieren. Dort gehört wahrscheinlich... Popcorn, Mais. Ah, okay. Super. Die Maschine benötigt eine Batterie, um... Die können wir aber, glaube ich, immer noch nicht entfernen. Mit dem Schraubenschlüssel vielleicht. Von wo? Alter. Ach so, die Auto. Ja. Ja. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Ah, sehr gut. Ja, damit. Was ist mit dem Ding? Immer noch nicht. Nö. Der Schraubenschlüssel ist jetzt natürlich auch weg. Klar. Oh, guck mal. Hey. Wimmelbild. Da waren wir ja auch noch nie. Nein. Guck mal, kennst du die Pizza-Dings noch? Oh. Die hab ich auch im Fenster hängen, ne? Ja, komplett. Du hast gar keine Glasfenster. Alter. So, liest doch vielleicht erst mal. Sichel-Lineal-Telefonhut. Zweimal Foto. Ne Kaktus. Glas. Ganz rechts. Glas. Ah, Glas. Jetzt Joko ein Glas. Bleistift, da warst du grad. Was, Bleistift hier? Weiter oben, weiter unten, weiter unten. Da. Münze. Weiter unten. Na, da. Ich hab's in die Taschenhau gefunden. Guck mal. Jetzt geht's so richtig los hier. Da ist ein Buch, da ist ein Buch. Buch? Brauchen wir ein Buch? Nein, wir brauchen kein Buch. Toll. Das könnt ihr aber mitnehmen, weißt du? Ja. Könntest du dann mal reinschieben. Also, wo das andere Buch fehlt. Sichel? Zweimal Foto. Eins. Und da. Zwei. Gagdus. Da, wo du gerade warst. War ich da gerade? Ah. Okay. Und ne Teekan ist da auch. Ist ja alles, Alter, ist ja alles nebeneinander. Yep. Ein Telefon und ein Lineal. Telefon? Lineal hab ich. In der Nähe von der Pizza. In der Nähe von der Pizza. Ah. Was kriegen wir? Geld. Ich glaube. Ich zieh das jetzt so lange, bis die nächste Folge. Ich vergesst. Aber ich stelle mich mal dem. Ist bestimmt gar kein Minispiel. Bitte, bitte doch. Ich muss das Bild des Pharaos wiederherstellen, indem ich auf die Knöpfe am unteren Rand klicke. Also, ein Klick verändert drei Teile des Bildes. So was liebe ich ja, ne? Du machst einfach irgendwas wieder, ne? So ein bisschen, ja. Sollte man da denken bei? Ich glaube. Ja. Du musst auf die Pfeile oben achten, ne? Stimmt. Das ist immer... Das ist ja der Rand, ne? Das sind die Ohren. Also quasi so... Ja, 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 ja. Fertig. Das ist wunderschön. Das muss ja irgendwie zusammenkommen hier, die beiden. Mhm. So. Ja. Achte doch mal auf die Pfeile. Und denk drüber nach. Das geht dann darüber? Das geht so. Das geht da hin. Hm. 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 Und ich dachte, die Minispiele in Grim Tales sind schon scheiße. Hm, nee, es geht immer noch beschissener. Mhm. Siehst du auch bei den YouTube-Kommentaren. Guck mal. Das ist super. Jetzt hab ich schon fast, ne? Mhm. Tolle Wurst. Jetzt verkackst du es gleich wieder. Ja. Aber es gibt ja noch zwei Möglichkeiten. Ich muss ja drücken. Irgendwie. Warte mal. Jetzt hatte ich das so. Ich muss ja die Dinger hier rüberkriegen. Also eins davon. Das hier. Ja. Wenn ich das jetzt drücken will. Wenn du... Nee, den rechten... Nee. Ich muss den da rüberkriegen. Und dann... Hab ich's geschafft. Pro Gamer. Washloss. Washloss, Alter. Plastikkarte. Super. Plastikkarte. Mit einem Pharao. Plastikkarte. Das ist keine Platte, Tobi. Keine Ahnung. Ich geh erstmal die Batterie hier ansetzen. So. Könnt ihr. Hey. Boah. Popcorn. Hm. Hätt ich voll Bock drauf. Ja. Hm. Ähm. Die Glasscheibe durfte nicht kaputt gehen, aber sie geht kaputt. Die nehmen wir wieder mit. So, was haben wir da jetzt? Ein Magnet. Vielleicht... Das ist nichts. Ähm... Da, wo wir die Leiter eingesetzt hatten. Vielleicht muss das Gitter ja gar nicht ab. Ja. Ja, doch. Das... Äh, guck ich mir mal an, so. Warte mal. Nö. 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 Also was? Brauchen die Batterie, brauchen wir bestimmt auch was Sprengstoff oder sowas. Mhm. Aber Magnet? War noch irgendwo was versteckt? Oder... An der Lampe? Lampe? Ähm. Magnet, Teich. Ah, Schraubenzieher. Mhm. Kombiniert, Kommissar. Bestimmt aber mit der... Natürlich nicht. Angelroute. Ja? Geht das? Geht das? Nee. Man kann nichts verbinden, ne? Aber es wäre logisch, das zu verbinden. Ja. Weißt du, das ist... Aber ich verstehe auch nicht, wieso das mit der Angelroute nicht geht. Du musst ja seine Hand nicht mal da reinschieben. Das ist so sinnlos. Angeln verboten außerdem, deshalb nicht. Ach so. Ja, man muss sich ja schon an die Regeln halten. Ach so, na dann. Ich gucke hier gerade, ob irgendwo noch ein Minispiel aufgetaucht ist. So ein Wimmelbild. Da irgendwas mit dem Typen? Vielleicht. Da muss man die Waage ja noch für einen Zweck haben. Du machst gerade irgendwas, ne? Merkt man das? Kaum. Okay, gut. Dann mach ich weiter. Da können wir ja... Nee, Plastikkarte. Da sind irgendwie auch Löcher drin, ne? Ja, irgendwie schon. Voll ins Mikro rein. Löcher. Hier noch irgendwas? Ein Buch haben wir nicht gekriegt, ne? Nö. Ein Buch fehlt. Plastikk. Anna Karenina. Bitte was? Steht da drauf. Ja? Mhm. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich es nicht lesen konnte. Er setzt seine Brille auf, Junge. Was hat denn das viel da oben verteilen gelassen? Vielleicht können wir irgendetwas... Hashtag Tobi Brille. Nein. Das sieht sehr schön aus. Nein. Doch. Sieht's gar nicht. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Irgendetwas ist dieser Lamp. Ich bin kurz davor, den Affen zu drücken. Ah, warte. Ah, nee, das hatten wir auch schon. Mhm. Ich laufe noch mal komplett die Bilder und gucke, ob hier noch irgendwo ein Minispiel ist. Also so ein Wimmelbild. Ich will nicht spielen, da waren wir gerade. Nein. Da war ja auch nichts mehr. Da hinten vielleicht noch irgendwas? Nee, der blinkt immer. Hier war ja... Ach, das da. Irgendwas. Nein. Mit der Plastikkarte. Nee. Die Farbe sieht schon etwas älter aus. Das ist die beste Info ever. Ich drücke mal den Affen. Aber schickt er uns hin. Schickt er uns hin. Da schickt er uns lang. Okay, schickt er uns wieder zurück. Also Affe. Ha, der Kobold sieht aus wie ein Angler, aber es fehlt einer... Natürlich, er muss angeln. War doch logisch. Aber da steht Angeln verboten. Wieso darf der scheiß Kobold das? Da muss, glaube ich, noch der... Na, weißt du, Bescheid, Junge. Natürlich. Ja. Der schwule, bärtige Kobold angelt. Ist klar. Okay, was können wir mit dem Schraubenzieher machen? Ich glaube, beim Auto? Nein. Nein, ach, wir können die Dinger jetzt mal... Ich habe gerade... Doch, doch, doch. Sahen aber nicht so aus, als würde das funktionieren. Nee, irgendwie nicht. Ja, wobei, doch. Ah. Unglaublich. Kolo-Duty! Erschieß mich! Pistole. Auf den Affen. Auf den Affen. Ah, nee, das hatten wir auch schon. Ach, war Loki. Pistole. Was machen wir mit der Pistole jetzt? Vielleicht... Ah! Ah, für den Gargoyle. Genau, die fehlende Scheibe von dem... Halt... Von dem geilen Gargoyle. Was passiert jetzt? Drei und... Ist das ein Sechs, ja, ne? Mhm. Oh, oh. Wir haben eine neue Notiz. Ich frage mich, was die römischen Zahlen drei und sechs bedeuten. Ich muss sie mir merken. Merkst du? Hm. Merkst du. Okay. So, wo sind wir jetzt? Das ist ein Wimmelbild. Da ist... ...ne Pharao-Fresse. Als ich den Pharao berührte, öffnete er den Mund... ...und ein Schlitz kam zum Vorschein. Ist das ein Schloss? Was denn? Nix. Am, nam, 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 nam. Äh, Alter. Was ist das? Guck mal, deine Mutter. Machst du mich wieder fertig? Ein Zauberstein. Was? Außer das Wimmelbild. Da war noch eine Tür. Es fehlt definitiv etwas. Ja, neues Wimmelbild. Ich freu mich. Ein Kellis. Kellis? Guck mal, der Bon. Shisha. Ja. Das ist das gleiche. Arli kennt sich ja aus. Arli, Shisha-Bar? Oh, ich hab eine Krone gefunden, wo ich einfach nur dumm geklickt hab. Mhm. Eine Rassel. Rassel, Rassel, was wollen wir machen? Da warst du gerade... Nee. Ach, da, ja. Ah, noch Rassel. Hey, Rassel. Da ist die Bruderdose. Krug. Neben dem Ritter. Krug? Krug? Unter der Ananas. Ah. Guck mich doch nicht so blöd an. Da ist ein Herz. Bringt aber nichts. Rapier. Ein Flachmann. Den finde ich sofort. Oder auch nicht. Was war das? Kelch. Ah. Ah. Halskette hat der Ritter. Ah, was für eine Schwuchtel. Ähm. Lorbeerkranz. Rapier. Mandolin. Ne. Mandolin? Ne. Rapier ist ja sowas hier, ne? Genau. Lorbeerkranz. Kanonenkugel. Kanonenkugel? Hast du die gefunden? Ne. Doch. Doch. Neben der Ananas. Das ist der Flachmann. Da. Natürlich hast du den Flachmann. War klar, dass ich den finde. Steht auch hier, neben ihm. Natürlich. Hm. Warte mal. Mich verlässt gerade mein Sound. No. So. Lorbeerkranz. Wie sieht denn sowas aus? Ich kenne sowas nicht. Passt. Da. Ah. Wunderschön. Scepter. Hab ich auch. Mandolin. Ist das so ne Feder? Ich hab keine... Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das Problem. Ähm. Ich kenne eine Mandarine. Mand... Sowas? Ne. Ne, ne, ne. Boah. Sowas? Ne. So was? Das ist ein Totenkopf. Ein Dackel. Das ist auch nicht. Eine Weltkugel. Ne. Das ist... Ein Instrument. Ich wusste, dass es ein Instrument ist, aber es war so offen... Wir haben einen Flachmann bekommen. Yay, jetzt hast du 20. Oh. Ich muss dieses Rätsel lösen, um die Falte aufzubekommen. Ich muss die grauen Symbole so umstellen, dass in jeder Reihe vier verschiedene Symbole liegen. Das ist so Doku. Ich kann kein Sudoku. Ne. Ne, das ist kein Sudoku. In jeder Reihe vier verschiedene. Also das sind die festgegebenen, die müssen bleiben. Ja, doch. Ist sowas wie Sudoku. Okay, das hier unten passt ja schon mal. Ja. Auf die Reihen von oben nach unten, ja, ne? Hm? Die Reihen von oben nach unten auch? Gehe ich von aus? Ja, dann ist es Sudoku. Finde ich nicht gut. So ein gutes Kaffee. Du kannst es? Manchmal. Okay. Das ist gut. Dann ist das schon mal falsch. Aber ich kann es nämlich nicht. Ähm... Das auf jeden Fall nicht. Das könnte... So. Was fehlt da jetzt noch? Das könnte auch. Das könnte auch nicht sein. Äh... Und... Äh... Oh, nee, das müsste sonst was heißen. Hm... So, wo das keine Buchstaben sind. So. Fertig. Das könnte ich das sonst... Hm... Hm... Das haben wir ja auch noch nicht, ne? Nee. Das Herz kann da aber nicht sein. Der Schlüssel kann da sein. Das bedeutet... Das... Oh, das hat er da unten eigentlich... Ne, wobei? Okay. Das Herz wollte ich doch. Dann müssen wir hier unten... Nur noch... Ach, Quatsch. Das wäre ehrlich wie gut. Mach's selber. Ja? Mhm. Okay. Zu spät. Äh... Und drei deiner Flachmänner? Ja, da fange ich erst richtig an zu denken dann. Das hier runter und das geht hier... Aber das stimmt ja auch schon mal. Hier oben? Es muss aber nicht stimmen. Es muss nicht stimmen? Ja, wenn's senkrecht stimmt, dann kann's sein, dass es waagerecht auch nicht stimmt. Ach so, ja, stimmt. Oder schon wieder, dann... Aber hier stimmt's nicht, da braucht man muss das Schild hin, so. Da oben stimmt's aber. Wir... Und... Bei dir so? Ach, war's auch nicht. Ganz nett, oder? Ja. Wir überspringen die Mini-Spiele natürlich, damit wir jetzt nicht fünf Stunden dran sitzen, weil das sonst langweilig ist. Mhm. Bevor sich dann wieder jemand in die Hose scheißt. Ähm... Ach übrigens, wenn ihr es selbst machen wollt, könnt ihr euch das Spiel auch gerne kaufen. Wie viel hat's gekostet? Zu viel. Drei Euro? Ja, mit diesem komischen Rabattcode, drei Euro. Total super. So was haben wir hier jetzt? Ist das wieder... Ich muss die... Irgendwie die beiden Schalen neben den römischen Zahlen bewegen. Schalen? Ach, die hier. Haben wir irgendwas zum Einfüllen vielleicht? Da ist ein Ballon, schau mal, schau mal, schau mal. Oh, Ballon. Können wir endlich mit Helium befüllen. Das machen wir jetzt in dieser Folge noch, oder? Das machen wir ja noch. Ja. Ja, machen wir noch. Das machen wir jetzt noch schnell. Da habe ich die ganze Folge drauf gewartet, endlich mit Helium. Ja. Wie sagt er das gerade nicht? Hui! Ich muss den Ballon festbinden, damit er nicht davon spielt. Ja. Mit was? Hä? Werd ich dann wohl machen müssen, ne? Ja, freust du dich schon? Guck mal. Ja, und auch genauso wie das Minispiel dann. Hm? Freust du dich drauf? Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge bei Weird Park Schräge Töne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.